Ich freue mich, dass es doch recht voll geworden ist, begrüße die zahlreichen Eltern. Eins halten wir auf, vorne sitzen eher die Lehrer und Mitschüler, die Eltern denken, sie sehen ihr Kindershaus eh die ganze Zeit, pausen nicht aus der Nähe, haben sie eher hinten angesiedelt, ich nehme das zur Kenntnis. Sie kriegen heute abends praktisch eine sehr lange Show zu sehen, deswegen machen wir auch zwei Pausen und ich würde Sie jetzt wirklich bitten, auch auf die Bromchen der heranwachsenden Jugend, also wenn es vielleicht mehr, wenn gespielt wird, das Rauchen möglichst einschränken, also bevor Sie ganz unruhig werden auf Zappeln, geht es schon, aber sonst vielleicht, dass ich in den Pausen rauche. In den Pausen können Sie auch nachbestellen. Wenn Sie sich jetzt denken, das haben wir gar nicht gewusst, dass wir so eine lange Show kriegen, also praktisch eine Hälfte Massaker, dann eine Hälfte Susanne Böschacker, jetzt Frau Gräte und dann noch eine Hälfte, also drei Hälften, wenn Sie sich denken, das habe ich gar nicht gewusst, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich schon mehr Geld in die Kiste geworfen, dann, wenn Sie das bedürftet haben, noch einmal Energieausgleich zu leisten, dann kommen Sie einfach in der Pause noch einmal, werfen noch einmal seine Reihen und rehen wir nicht mehr drüber. Gut, das wären eigentlich die wesentlichen Dinge, die ich Ihnen heute sagen wollte. Massaker ist die Gruppe von der Haag-Baudersee, mit der ich die Ehre hatte, arbeiten zu dürfen über dieses Semester und Massaker hat ja bereits eine Dreiviertel-Welt-Tournee hinter sich, ist bereits in Großstädten wie Wien, Gras, Gäusern, Schlitterndorf und Steinach aufgetreten, bevor sie, man weiß es ja, der Prophet, im eigenen Lande gilt nichts, bevor es jetzt praktisch mit dem Lorbeerkranz dieser internationalen Metropolen zurückkehren heute Abend, endlich, live in our sea, ladies and gentlemen, all the way from the Haag-Massaker!